Der Georg Zechel ist der Nächste mit der Startnummer 2, ist ja am Startnummer 2 in Kürze. Seitdem in den Hauptnummern 15.61 fiel das zu und er bietet rutsch am Startnummer 2, der Georg Zechel. Auf geht's, die Strecke ist in der Zeitung. Alles ist Spaß gemacht. Startnummer 2, jetzt geht's los. Jetzt ist er gestartet, der Hans, der Georg Zechel kommt gerne in Kürze, auch hier vom Ziel aus zu finden sein. Schauen wir mal, acht, neun Sekunden ist auf der Strecke, fährt sich das für eine neue Gäste raus. 13, 14, und ihr seid gewonnen! Ja! Wir haben es am zweiten an der ersten Stelle feste. Wir haben die BAA gesegelt, dann guckst ihr die gleiche Sonnabt aus und dann fangen wir rein. Wir schauen das an, wenn wir noch so durch die Leidloberfahrt. Weltenverkehr ist ja eine ganz wichtige Entscheidung, die sind am See, die ist gefangen unter dieser Menschenmasse. Super, danke Herr Korang, der Mannsteller hat mir alles, dass man draußen ist, wie der eine super giviert ist. Für Stattens, und es geht weiter mit der Stadt, kommen wir rein. Und der fremdlichste Sofa von Cyberbinder, dem Hans-Hur-Kochner, der hat es vor dem Rehner gegrüßt. Wie gesagt, was wir waren vor zwei Jahren, in der Abisch, in der Weißen, in der Rösslung, die hat ein Fischsegel? Ja! Der hat einen Saat, der hat einen Stich, mit denen die hat auch Fische sind. Ja!